Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer Vermintyte 2 im Koop. Wir machen in Helmgard das nächste Level. Wir spielen aber auf Veteran und ich würde sagen wir legen los. Wie sieht es bei euch aus? Ja sieht gut aus. Let's Vets. Und da wären wir. Let's go. Und zack. Harnhügel in Helmgard. Kabumm. Oh ein Chaos-Krieger. Wow. Ach scheiße ich habe eine Fähigkeit der gar nicht. Es sind sogar zwei Chaos-Krieger. Ach du scheiße. Fängt hier schon mal gut an. Finde einen Weg nach unten. Wir haben einen Folianten. Super. Ach du scheiße. Was ist ihm, Ratte? Scheiße. Oh shit. Ich habe sie noch gesehen aber die kann man natürlich nicht blocken. Scheiße. Oh nein. Okay. Und weiter geht's. Da wird schon wieder ein Chaos-Krieger. Eine Bombe. Nehme ich euch liebend gerne mit. Und auf geht's. Nach unten. Oh ja. Da geht's weit runter. Kabumm. Okay. Das hätten wir geschafft. Wir sind erstmal ein Stück weit unten. Da ist eine Bombe. Super. Und da geht's runter. No more kills for you, Assassin. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Puckmaster's dead. Tut mir leid. Die Bombe habe ich jetzt leider verworfen. Das war jetzt nicht sehr effektiv. Verwüstete Kunst. Oh yeah. You know, when this is done, it might be best to fill this lot in and start over. I never thought to be a such sentiment from a dwarf. Und hier geht's weiter. Oha. Alter Schwede. Hier geht's da richtig rund. Vorsicht mal. And the Empire. Macht euch alle kaputt. Und zack, 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 zack. Weg mit euch. Ohohohoh. Den hat's zerteilt. Okay. Irgendwo ein Zauberer. Egal, das soll jetzt nicht unser Problem sein im Moment. Oh, da drüben ich den Halt dran. Das ist Miner. Und was haben wir denn da? Was sehen meine Euglein denn da? Da war ein großes Viech. Will jemand einen Halt dran? Nein. Okay. Doch. Komm, fliegen lassen, tun wir nicht, oder? Ich bin voll. Na komm, weiter geht's. Aber Sachen liegen lassen, ist ja auch blöd. Vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad. Oha. Das riecht hier alles runter. Wir sehen schon, da vorne, es rutscht ab. Ach du Scheiße. Alles bricht ein, alles geht kaputt. Oha, Vorsicht, Jungs. Ohohoho, das sieht alles so krass aus. Und so, weg mit euch. Und ja, ich hab mir die Kritik am letzten Video zu Herzen genommen. Ich verwende meine Fähigkeit öfter. Kein Problem. Na, will sich jemand heilen? Ich hab voll. Gut, hab mir jetzt mal einen Folianten geklaut. Tja, das war eine Assassinenratte. Oh, unbeerable spells come with a job nowadays. Every son... That one's mine! He'll move on. Make him suffer. What a strattelster! Hey, ya! Oh, God! 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 Ja, schlagt die Straßenlaterne. Hast schon recht, Smar. Achso, wir müssen da hoch. Ja, klar. Ein Sturmklager. Wo? Ich seh ihn nicht. Ah, das hat nichts zu heißen. Ah, da war ein sauberer. Okay. Sein Bug fällt noch runter. Und... Und... Ekelhafte Ratte! Oh Scheiße! Chaos Warrior! Kinder aus der Schussweite! Und der Nächste! Den hätten wir jetzt aber erledigt! Okay! Sieht gut aus! Let's go weiter! Heildränke! Und Munition brauche ich aber aktuell nicht! Nehmt ihr die? Oh, schau! Die Gasratte! Ich würde das Heilzeug gerne dem da geben! Ach egal, funktioniert nicht! Ist egal! Ja klar, der hat einen Haltrang! Okay, gehen wir nach oben! Und was ist das? Es sieht aus wie eine Arena! Und da oben haben wir Einen fetten, fetten Gegner! Oh! Bossfight! Der Erschte! Alter Schwede! Ich kann leider nicht schießen! Das ist in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen ein Nachteil! Ja! Ich kann mich jetzt mehr um die Kleinen kümmern! Und gegen den Großen! Gerade wenn er sich so teleportiert, komme ich irgendwie nicht an! Wunder überhaupt! Nach da oben! Da kann ich eh nicht viel machen! Wie shööööö! Ganz ruhig Kollege! Na ja zum bißchen Schaden hab ich machen können! Ja, mit seinem blöden Umherz teleportieren. Wohin, er steht da oben. Ja, ich komme halt leider nicht nach oben. Jetzt halt. Wohin, ich fliege gerade. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, es könnte eine längere Schiebte werden. So lange, der da oben steht, kann ich nicht viel machen. Oder... Ja, ein bisschen kann man machen. Aber halt nur ein bisschen. Au. Autsch, ouch, ouch, ouch. Alter, ich werde das sehr fix. Ja, so ein bisschen. Au. Ja, das ist eine gleiche Geschichte. Beute Würfel. Oh, yeah. Chaos-Warrior, schäfernd durch die Gegend. Ich will doch einfach nur das Ländle verämpfen und dann schäfernder Chaos-Frieger durch die Gegend. Da seht ihr schon die Brücke der Schatten. Und let's fets. Super. Richtig, richtig gut. Der erste richtige Boss-Fight. Und reicht's für ein Level ab? Nein, reicht leider nicht. Schade. Wir haben aber Folianten. Wir haben Beute-Würfel. Truhe des Händlers. Bin gespannt. Ich war gut im Nahkampf und auch gut im Rettungen. Okay. Scheiße. Yeah. Ich wurde aus. Ich war gut. Vielen Dank.